Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe zwar gute Laune, aber meine Weekend League ist echt scheiße verlaufen. Ich habe die ersten vier Spiele, drei verloren. Ich habe 1-3, habe mich dann auf 6-3 hochgekämpft und habe jetzt leider das Spiel verloren. Und wir haben ja natürlich noch die letzten fünf Partien, Freunde, wie im letzten Video. Ich zeige euch mal das Team. Mein Ziel sind die elf Siege. Mindestens für zehn haben. Ich habe keinen Bock auf dieses Maximum 7-8-Chiro-Pick. Das ist das Team, Freunde. Wir haben, glaube ich, nur Gerard geändert. Goyaro bleibt. Ich habe irgendwie gar keine Coins mit Hansen übertrieben Minus gemacht. Ich habe die für fast 900k geholt. Kostet 640. Dickfett Minus. Gegner Nummer 1 hier. Samaya, Cech, King, Cole, Poteris und Rot, Wirtz, Dembilison. Ist okay. Links. Ja, Mitte 1. Jesus, bitte. Let's go. Du hast erst dreimal hintereinander Ball weg, genau. Komm, Jesus. Spiel gedreht. 2-2. Hey, wie kommt der da durch? Ich muss hier... Ey, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht! 4-2. Schöner Pass, Bonn. Madi, auf, Jesus. 4-3, komm. Tor kassiert. Hansen. 4-5. Da oben ist Free. Warum ist meine Abwehr so frei? Er macht greedy, huh? Ja, noch ein Tor. 4-8 verloren. Ja, er ist viel verloren. Scheiß drauf. Deutsch, wie seht ihr jetzt? Tschüss. Gegner Nummer 2. Er hat Van Dijk, hat Krambeer, hat Aspas Morgan. Er hat 15 Leute mit Finisher Trading. Alexia, Poteris. Tor, Junge. 1-0. Ja, er kommt so hin und nach Hause. Tor, Bro. Poteris. 3-0. Komm, Alter, schmattert. Pferde und Guteris. Ey, er hat den einfach nicht gehalten. Er hat den einfach nicht gehalten. Geh raus. Struge Kickers? So, Alter. Game Nummer 2 gewinnen wir. Damit haben wir die 7 Siege safe. Gegner Nummer 3, Freunde. Er hat Maikon aus dem HeroPack am Anfang gezogen. Und die hatte Bonn Pass, sag mal. Jungberg, boah, Klos ist OP, Alter. Giaro. Fallrückzieher, Junge. Boah, was ein Pass. Käser. Ressus. 2-0. Ressus. Schön Torwart bewegt vom Gegner. Aber Hansen nimmt den Abstauber mit. 3-0. Gegner meldet die Pause an. Und wir haben die 8 Siege. Alter, komm, die nächste 2 muss ich gewinnen, bitte. So, der vierte Gegner, Freunde. Zeigt mir das Team. Oblak, Rüdiger, Van Dijk, Lizarra, Soboeat, Bellingham, Road to the Locker, Boah, Griezmann. Und er hat zwei Linksfüße, er hat drei Linksfüße im Team. Ich spiele das Spiel. Finisher, Trade 1-0. Puteas. 1-1. Hansen. Ach, Ressus. Komme ich auf Hansen. In dem Pass. 2-1, Junge. Hansen. Schönes Ding. 3-1. Gegner quittet, Freunde. Wir haben die neuen Siege erreicht. Letztes Game. Machen wir die 10 Siege voll oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Rein in die Endphase. Der letzte Gegner. Boah, der hat nicht so ein starkes Team. Der hat zwar Ralfin, Janssen und Hansen, aber seine Abwehr sieht nicht so gut aus. Scheiße, er hat mich ausgeguckt. 1-1. Gabriel, Jesus. 1-1. Ich habe Fehler gemacht. Junge, auch wie komisch sein Spieler läuft und was meine Spieler machen. Was hat der da gemacht? 100%ige Schusschance und er hat verkackt. Leider nur 9 Siege. Das heißt, wir haben das unnötige Hero Pack bekommen. Egal, später seht ihr das andere, was als SBC rauskam. Wir nehmen mit Rang 5, 9 Siege. So, gehen wir rein in die Packs, Freunde. Komm, fangen wir an. 81 plus mal 15. Jetzt müssen wir die Rewards gönnen, Alter. Innenverteidiger. England. Premier League. Das kann nichts werden. Stones vielleicht. Oder McGuire. Ja, Stones war ja kein Workout. Mann, nee. Und nächstes 82 mal 10. Trailblazer. Bitte. ZOM? Frankreich? Milliot. Enzo Milliot, Alter. Trailblazer. Mein erster Trailblazer. Warum nicht Vini, Alter? 85er. Enzo Milliot. Kostet irgendwas? Kostet irgendwas? Der hinterher natürlich kein anderer Workout. Kostet... Ja, so 30k. Team of the Week Pack! Trade. ZOM. Deutschland. Zweite Bundesliga. Bitte Kerem unter Kerem. Auch das eine im Frontpack. Ja, wow. Tschüss. Grantiertes Workout Pack. Bitte wieder Trailblazer. Schade. ZOM. Portugal. Bernardo Silva. 87er. Komm, vergess, wie man ziehen kann. Einfach. Einfach gib ihm. Skip. Ja, Donovan. Da hab ich letzte Woche gezogen. Diese Woche nochmal. Danke. Hier kam das Basis Hero Pick als SPC-Rost, Freunde. Bitte. Eden Hazard. Bitte. Belgien. In Verteidiger. Ey, Junge. Ey, ich zieh nur die Schlechten. Ich hab nur Ricken. Donovan zweimal ein Guti. Und Maicon und jetzt der, der passt doch gar nicht in mein Team. Ich hab 17 in Verteidiger und Trade.